Hi, mein Name ist Philipp Sauber, ich bin der Inhaber der Webagentur INM AG, ein mittelgrosses Unternehmen im Kanton Zürich, das sich mit Online-Marketing und Weblösungen beschäftigt. Bloggen tue ich auf website-marketing.ch und die Themen meiner Videoposts, die so einmal pro Woche rauskommen, drehen sich auch ums Thema Web, logischerweise, angefangen von Design, Usability, Layouting bis hin dann eben zu Online-Marketing, Themen und Entwicklungen wie SEO, SEM, Social Media Marketing, aber auch Systeme, CMS, Content Management Systeme und so weiter und so fort. Ich würde mich freuen, wenn du hier meinen Channel abonnierst und dich von meinen Videos inspirieren lässt. Besten Dank!